Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSE, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es ist vom Tisch. So kann man es auch machen. Es ist einfach vom Tisch. Morgen sagt er, der Nahostkonflikt ist Geschichte. Klimakatastrophe können wir vergessen. Und Leute, der August ist auch beendet. So einen bräuchte es auch bei der Bahn. Die Stadt Mainz ist zurzeit immer noch nicht mit dem Zug zu erreichen. Und Bahnchef Grube agiert so ein bisschen inkonsequent. Sie sind ja heute mit dem Auto angereist, obwohl Sie eigentlich prestigeträchtigerweise mit der Bahn hätten kommen müssen, oder? Den Quatsch, den mache ich schon lange nicht mehr. Den habe ich nie gemacht. Oh, den Quatsch. Zug fahren. Ja, hier. Wer macht denn sowas? Den Quatsch mache ich nicht. Köpfchen zeigen! Oh, den Kleinen! Ein lautet... Köpfchen zeigen! Oh, den Kleinen! Bis zum nächsten Mal.